Hey Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Bachelorette. Heute entscheidet ihr, wer gehen darf und wer bleiben darf. Und unser super fresher Sunnyboy David Cooper macht gerade, ja, mehr oder weniger erfolgreich für alle Essen. Was ein netter Typ, oder? Okay, dann holt sich der Nächste auch schon was. Okay, ähm, immerhin, er hat die Initiative ergriffen und macht gerade Essen für alle. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Vielleicht ein Pluspunkt für euch, vielleicht noch nicht. Die Sarah macht auch gerade Essen. Ich stelle euch aber jetzt nochmal alle im Schnelldurchlauf vor und dann votet ihr, wer weiter soll. Also, ihr könnt wieder so viele Stimmen abgeben, wie ihr wollt. Ich zeige euch auch gleich, wie das funktioniert. Das wird nämlich wieder über Strawpoll laufen, weil wir, ja, sieben Auswahlmöglichkeiten sind für YouTube halt zu viel. Ähm, YouTube geht, glaube ich, bloß bis fünf. Und deshalb müssen wir das über Strawpoll wieder machen. Da dürft ihr wieder so viele, äh, für so viele voten, wie ihr wollt. Ähm, und der, der damit die wenigsten Stimmen hat, wird dann rausfliegen. So, ähm, jetzt nochmal, zeige ich euch nochmal alle im Schnelldurchlauf. Also, wir haben zum einen hier Alex Williams, der, ja, ein bisschen unscheinbarer würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Aber hey, Alex, unscheinbar ist gar nicht so schlecht, denn wir erinnern uns an Bachelor, an die Taylor. Die war auch relativ schüchtern und unscheinbar und irgendwie hat sie es ja trotzdem am Ende geschafft. Alle haben sie geliebt. Dann den, ähm, Sportler Logan Smith. Logan Smith, woher kommt mir der Name bekannt vor? Warum habe ich dir denn überhaupt den Namen gegeben? Logan Smith, war das nicht Big Time Rush? War das Big Time Rush? Ich habe keine Ahnung mehr. Es kann sein. Ähm, der räumt hier gerade auf. Also, unser Stirnbandträger, ähm, Smith, Logan Smith, ist gerade am aufräumen. Also, wenn ihr für ihn seid, dann votet für ihn. Dann unsere Fashion-Ikone. So nennt sie ihn jetzt mal auf jeden Fall. Ist ja immer krass gestylt. Gerade hat er ja nicht viel an, außer ne Boxershorts. Aber, ja, sonst Style-Ikone, wie heißt der? Noah O'Brien. Votet für ihn, wenn ihr ihn weiterhin sehen wollt. Dann Super-Sportler Oliver Black, der gerade zum PC geht. Aber, hey, er ist breiter als, äh, euer Türsteher. Und deshalb, wenn ihr ihn weiterhin sehen wollt, dann votet für... Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Oliver Black. Yay! So, dann haben wir noch Ethan Hill. Ähm, hier macht sich überall jeder Essen, wie er will. Ethan Hill hat sich ein bisschen zurückgezogen. Der, ja, glattgegelte Ethan, wenn ihr ihn weiterhin sehen wollt, dann votet für Ethan Hill. So, Jackson Crazy. Ähm, wenn ihr weiterhin verrückte Leute... Ja, die hier durch die Gegend furzen im Haushalt sehen wollt. Und wenn ihr sehen wollt, ob das mit der Bachelorette klappt, denn irgendwie haben die sich ja relativ gut verstanden, muss ich jetzt mal ernsthaft sagen. Was mich extrem gewundert hat. Dann sagt Jackson Crazy. Du musst weiter. Du bist fucking crazy. Du musst unbedingt weiter. So. Ähm, oder ihr seid für Sunnyboy David Cooper und der sagt, der muss unbedingt weiter. Der sieht ganz nett aus. Der hat für alle Frühstück gemacht. Watt ein toller Junge. Dann stimmt einfach für ihn ab. Und, ähm, ja, ich zeige euch jetzt auch nochmal kurz, wie das Ganze funktioniert mit Strawpoll. Es ist nicht so schwer. Und deshalb, ja. So, und jetzt zeige ich euch auch nochmal, wie ihr für die Kandidaten abstimmen könnt. Und zwar klickt ihr einfach unten auf den Strawpoll-Link in der Videobeschreibung. Und dann werdet ihr auf diese Strawpoll-Seite weitergeleitet. Wow, wer hätte das gedacht. Und dann hier habt ihr die Frage, wer soll weiter, welcher Kandidat soll eine Rose bekommen. Und dann habt ihr ja alle Möglichkeiten, äh, von den Boys, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und dann votet ihr einfach für eure Lieblingsboys. Ich werde gleich mal für alle voten, weil es sonst etwas unfair wäre. Und vielleicht, äh, ich euch damit jetzt nicht manipulieren möchte, ähm, wenn ich jetzt sage, hey, der und der soll raus. Und dann klickt ihr einfach auf Abstimmen. Und dann, äh, hat sich das Ganze. Und jetzt seht ihr schon, jeder hat aktuell 14, äh, 29%. Wow. Und jetzt seid ihr dran, stürmt ab. Wer soll weiter und wer wird eiskalt am Montag rausfliegen. Ich freue mich auf das Ergebnis. So, was ist gerade sein Problem? Äh, er ist beschämt. Warum? Hä? Warum wurde denn seine... Ich weiß auch nicht. Boah, ich dachte gerade, die läuft so in den Reihen. Und die so, hallo, kann ich dich mal kurz küssen? Wir machen heute noch ein bisschen Speed-Dating. Weil, damit sie die anderen mal ein bisschen kennenlernt, deshalb würde ich mich mal gerne hier... Nee, nicht hier in die Ecke. Ich war ja hier schon. Ähm, ich würde mich gerne mal... Wo kann ich mich denn hier noch? Hier sind viel zu wenig Sitzmöglichkeiten. Äh, ich gehe einfach mal ein bisschen raus und setze mich hier an diesen Münzwerfbrunnen mit jemandem. So. Ich hoffe, da setzt sich jetzt nicht dieser Dicke dahin. Nee, okay, alles gut. Ähm, mit wem gehen wir denn mal in Gespräch? Such mit Noah. Komm. Noah-Style-Ikone gerade aktuell noch, ja, nicht so krass gestylt. Die sind... Alex und, äh, Logan sind heute extrem kokett. Das finde ich schon mal gut. Vielleicht wird es ja noch was. Warum laufen die wie so ein Bauern-Töpel? Ah, okay. Ähm, ich hätte eigentlich voll gern, dass du deinen... Kann er sich auch mal umziehen? Dass ihr eure... Eure normalen Alltagssachen anzieht. Ähm, so, wo kann ich denn hier? Oha, hallo, Jackson! Für mehr Furze im Haus will Jackson. Oh mein Gott. Ähm, und er soll auch mal bitte sein Alltagsoutfit anziehen, denn... Ähm, ich glaube, das ist gar nicht mehr so ein Trend eigentlich, dieses Hype-T-Shirt. Aber früher... Oh mein Gott, früher. So viele Leute hatten so ein Hype-Shirt. Und ich hatte keins. Ähm, aber ich fand, es sah ganz cool aus. Es sah halt relativ... Ähm... So. Hallo, was geht denn mit euch ab? Oh mein Gott, warum furzen die denn hier alle? Oh mein Gott. Ähm, ja, ihr setzt euch jetzt einfach mal hier hin. Wir tun mal so, als hätten wir diesen Furz nicht beachtet, die Katja direkt hätte. Die Katja. Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit das neue Lied von der Katja im Kopf. Ähm. So. Oh, die verstehen sich ja doch schon ganz gut. Warum fühlt der sich jetzt unwohl? Überhitzt, weil es in der... Oh, ohne Scheiß. Da fühlen Terrasten die direkt aus, wenn es zu warm ist. Aber ich finde, das sieht viel cooler aus. Ohne Scheiß, Leute. Dieser Hitzelook. Ich muss ernsthaft sagen. Mir hat er jetzt nicht so viel Freude bereitet, denn die ziehen sich halt automatisch um. Und man hat eigentlich so gut wie nie was von der Alltagskleidung. Also. Naja, okay. Das ist das einzige Problem, was ich mit Jahreszeiten habe. Aber okay. Man kann es ja auch ausstellen, dass die dadurch so rumheulen. Du bist der Falsche. Oh, er wedelt sich und... Boah, es geht ab. Mach die mal an. Ähm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, die jetzt anzumachen. Singen, üben. Oh mein Gott, bitte. Das wird nicht besser. Oh. Was? Ableben durch Verbrennen? Wo? Was? 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 Das geht? Oh, heute ist ein hotter Tag. Heute ist der Hitzewelle Tag. Vielleicht sollten wir uns da doch ein bisschen... Äh. Upsi. Ähm. Vielleicht sollten wir uns da doch... Aber das ist doch nicht viel besser, oder? Oh Gott. Die hassen sich jetzt. Ähm. Hallo, der stirbt sonst. Ja, und jetzt? Ihm ist doch noch genauso heiß, oder? Oh mein Gott, ich hab Angst, dass der Erste hier stirbt. Höh. Was machen wir denn dagegen? Verbrennt der dann? Also... Kann ich den dann löschen? Mach ich so... Und dann ist er gelöscht? Genau so. Aber du siehst kack aus. Also, du siehst richtig cool da drin aus, aber... Ähm. Oh, die schwitzen richtig. Vielleicht sollte jemand was trinken. Ich möchte trotzdem, dass du in dem Outfit bist. Das sieht viel cooler aus. Und wenn du stirbst, wir retten dich schon irgendwie. Ähm. Du kannst ja auch mal dein... Äh. Outfit ändern wieder in... Was ist denn? Sie hat ganz schön viele Outfits, sehe ich gerade. Ähm. So. Und dann kannst du ja einfach mal ihm schon die Hände küssen. Oh mein Gott, mach das lieber nicht. Warum macht sie das? Ich wollte das gar nicht. Ähm. Könnt ihr nicht einfach hier reinspringen in diesen... In diesen Münzbrunn so? Hi. Ja, cool. Äh. Was heulen die alle so rum? Ist denen allen zu heiß oder was? Nee. Aber ihm ist zu heiß. Äh. Wie? Schon wieder? Noah verbrennt. Hol ihm nach drinnen oder zieh ihm leichtere Kleider an. Bevor er... Äh. Okay. Oh, der stirbt echt fast, oder? Können wir da was dagegen tun? Vielleicht... Vielleicht lege ich es gerade echt hardcore darauf an, dass er stirbt. Oh mein Gott, das will ich gar nicht. Ähm. Ich will bloß, dass er fast stirbt. So, fast. Wir gehen... Wir holen ihn gleich rein. Ähm. So. Aber guck mal, die beiden verstehen sich echt super. Das freut mich. Was passiert jetzt? Abkühlen. Ne, ne. Ich will, dass du nochmal... Ich will noch nicht, dass du dich abkühlst. So. Oh. Okay. Und? Okay. Das ist ein gutes Foto, Leute. Ähm. Okay. Jetzt sollte ich vielleicht echt langsam mal... Ja. Geh mal lieber rein und schwimm mal eine Runde. Weil ich kann das... Ich kann das echt nicht verantworten. Geh schnell rein! Zieh dich aus! Outfits. Äh. Äh. Hier. Zieh eine Boxershort an. Kein Ding. So laufen heutzutage alle rum. So. Okay. Ist hier immer noch heiß? Geh mal schwimmen. Guck mal. Hier ist ein Pool. Geh mal da schnell ein paar Runden schwimmen. Und du kannst mit ein paar Runden schwimmen. Kühlt euch mal alle ein bisschen ab. Schwimm mit. Ich will mit dem ganzen Haushalt hier schwimmen. So. Oh. Wir haben schon mit zwei Leuten eine romantische Verbindung. Ja, geil. Das ist, äh, die... Katja 2.0, würde ich mal sagen. Das ist die Sarah, wie sie... Wie sie halt immer interagiert, ne? Sie spielt halt mit allen. Sie... Das ist unsere Sarah, Leute. So kennen wir die. Und mal schauen, wie weit sie gehen wird. Ähm. Geht sie hier nicht mitschwimmen? Oder Rundenschwimmen? Ist es zu klein, der Pool? Oder was los? Ähm. So. Wo ist denn hier unser... Ja, der muss pullern, ne? Pullern. Wer sagt denn das Wort? Ähm. Aber ihnen geht es jetzt wieder besser. So. Oh. Ne. Ich dachte gerade, die ist kaputt. Äh. Benutzen und... I don't know. Kann hier niemand eine Runde schwimmen mit uns? Was ist denn das? Du sollst jetzt erstmal pinkeln gehen und nicht in den Pool gehen. So. Hey. Die gehen alle so eine Sekunde in den Pool. Und dann... Ciao. Ich gehe wieder. Das war mir zu langweilig. Ähm. So. Jetzt spritz den mal voll. Mach mal hier ein bisschen Action. Die müssen sich jetzt ja... Oh yeah. Das war die falsche Person. Ich wollte, dass die Sarah spritzt. Ähm. Sarah. Wenn es zum Spritzen geht, dann komm bitte. Ähm. Spritzen. Ja. Spritze ich mal voll. Und... Äh. Äh. Tag war schön. Komm. Wie die alle schön schwimmen im Pool. Ich wäre gerade auch gerne im Pool. Aber es ist gerade echt kalt. Also heute ist es echt ein bisschen kühler. Als sonst. Ähm. An sich ganz gut. Wenn es mal wieder ein bisschen abkühlt. Weil dann ist es in der Wohnung nicht ganz so heiß. Und ich kann auch tagsüber wieder Videos aufnehmen. Hey. Yeah. Aber, äh. Ja. Ich mag halt die Hitze doch mehr. Wenn ich im Pool liegen kann. Und so. Deshalb. Mal schauen. Was hier abgeht. So. Was geht jetzt bei ihm hier ab? Der ist noch auf dem Klo. Er wäre fast gestorben, Leute. Er wäre fast durch die zweimal sogar. Also. Oder? War das nicht zweimal? Ja. Hier. Ableben durch verbrennen. Nur verbrennen. Nur verbrennen. Oh nein. Nur. Oh. Das tut mir echt ein bisschen leid. Muss ich sagen. Yeah. Geiles Outfit. Oh mein Gott. Ist das. Ist das crazy. Ähm. Wie auch sein Name. Oh. Jetzt gibt's. Saufen. Geil. Willkommen bei der Bachelorette. Da wird auch nur gesoffen, Leute. Ähm. Kann Jackson sich nicht was bestellen an der Bar arbeiten? Äh. Kann ich nicht einfach fragen. Hey. Kannst du mir das und das mischen? Nein. Ähm. Lieblingsgetränk zubereiten. Getränk bestellen. Das ist doch gut. Man kann ein Getränk bestellen. Das ist immer gut. Äh. Ich möchte gern ein. Uff. Was nehme ich denn? Eine orange Nade. Mit Pfiff. Mit Pfiff klingt immer gut. Ähm. So. Heute ist echt der heißeste Tag. Und die Sims schwitzen und sterben. Aber. Noch leben sie. Hey Ethan. Nein. Wer bist du? Geh mal weg. Was will die Alte von uns? Ich hasse die hier. Die Alte. Richtig. Richtig respektvoll bin ich. Wow. Hi. Ähm. Nein. Oh Gott. Hallo. Am setzen der sich. Hallo. Du kannst. Nein. Du kannst doch eher nicht. Du kannst doch nicht einfach mit deinen Schritt in Sarahs Kopf rein. What? Das macht man doch nicht. Ähm. So. Wir können uns jetzt mal hier ein bisschen freundlich ranmachen. Schmeicheln. Hey. 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 Sarah. Gerade wenn ich da bin. Kannst du jetzt setz dich hier wieder hin. Ja genau. Setz dich da mal wieder hin. Und genieß das ein bisschen. Kompliment übers Outfit machen. Und lass die Jungs mal gleich ein bisschen Spaß haben. Bisschen Party machen. Bisschen Dancen. Was macht unser Sunnyboy? Hier wird jetzt nicht Fernsehen geschaut. Mein Freundchen. Hier wird jetzt draußen ein bisschen gedanced. Ich mach Mucke an. Und dann geht's los. Sommerhits hören. Komm. Ich höre keine Sommerhits. Oh. Crazy Sommerhits. Ich höre voll krass. Ähm. So. Tanzen wie. Ich hab doch Sommerhits angemacht. Hallo? Hier läuft doch Musik. Anscheinend läuft hier keine Musik. Ähm. Äh. Stereoanlage. I'm walking on sunshine. Wow. Warum geht es dir jetzt nicht? Was soll das? Dann macht er jetzt den DJ. Komm. Dann bist du jetzt DJ. DJ. Das ist nicht da drin, oder? Wo läuft denn hier am Walking on Sunshine? Oh Gott. Direkt Copyright Strike. Hä? Hä? Das ist doch hier. Ah ja. Das lief hier. Oh. Das sieht ja voll fancy aus. Oh mein Gott. Warum gibt es sowas nicht in real life? Ja. Egal. Er wird der DJ des Hauses. Ähm. Hier fehlt eigentlich noch so ein Grill, muss ich sagen. Also hier so auf dieser Partyfläche. Aber der Grill steht ja. Aber der Grill steht ja, steht ja nicht. Ne. Er steht oben, glaube ich. So. Die Sarah hat ein bisschen mit ihm hier getalkt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es irgendwelche krassen Festi- Uuuuh. Der Sommer. Der Sommer hört nie auf, Leute. Rabatttag. Na ja, toll. Oh Gott. Wir haben jetzt drei. Das ist ja wie bei uns in Deutschland. Drei Tage. Wir hatten mehr als drei Tage. Hintereinander Hitzewelle, Hitzewelle. Dann war es wieder mal nur sonnig. Dann war es bewölkt. Wie heute am Freitag. Das ist auch bewölkt und relativ kühl. Und dann wird es wieder heiß am Wochenende. Aber für mehr Wetter ist noch nicht, äh, ja. Vorhergesagt. Aber, ja, wir schauen einfach mal, ne. Uuuuh. Hier haben die Geburtstag. Oh. Aber sonst hat niemand hier eher Geburtstag. Wer hat hier Geburtstag? Die Sarah? Oh. Okay, keine Ahnung. So weit lässt es eh nicht. So weit, so lang dauert es nicht, Leute. Ähm, wir kommen höchstens in den Herbst rein. Aber mehr auch nicht. So, Sarah. Ich würde jetzt mal, mir an deiner Stelle mal einen Typen hier krallen. Und mit dem noch ein bisschen reden. Ähm, mit wem kreizen sie sich denn jetzt mal? Ihn hier. Guck mal, ihn kann sie einfach mal folgen. Was macht denn der? Der geht ja hier hoch, ne. Dann setzen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Und er auch. Äh, wo ist er denn? Hier ist er. So, ich glaube, der setzt sich da sogar schon hin, oder? Ne, der räumt auf. Ne, das kann man nicht machen. Aufräumen? Die schauen ja alle Fernsehen. Wow, ihr seid bei der Bachelorette und denkt euch so, hey, erstmal Fernsehen schauen. Ähm. So, ist das noch gut? Oh, das ist sogar noch gut. Ich tue das mal in den Kühlschrank. Ähm, das tue ich auch mal in den Kühlschrank. So. Okay, hey. Oh. Oh, warum räumt er denn die ganze Zeit auf? Du sollst dich doch hier unterhalten und mit der Sarah sprechen. Den Tag verschönern. Eigentlich wollte sie dich doch mal zur Brust nehmen. Jetzt geht er runter und wette, eh da wieder hochkommt, ist die Sarah weg. Ach, Alex, ey. Ohne Scheiß. So. Setzt euch da mal hin und sprecht mal miteinander. Hier sitzen und plaudern. Komm. Ähm, find mal ein bisschen was über den heraus. Der ist ja sehr schüchtern, der Junge her. Ähm, das kennen wir ja irgendwo her. Das kam sehr gut schon mal an. Vielleicht ist diesmal bei den Männern, wenn das von der männlichen Seite kommt, nicht mehr ganz so, so, äh, ja, fördernd. Ich weiß es nicht. Deshalb quatscht sie den jetzt einfach mal voll und fängt schon mal an. Komm, frag mal hier eine schlüpfrige Frage und da bin ich mal gespannt, wie der darauf reagiert. So, Sarah. Sarah? Sarah, du geile Schlange. Keine kann so oft und so lange, was? Ähm, Sarah, jetzt aber mal ein bisschen schneller. Du hast so schöne Zähne, schwöre, Bruder. Und jetzt, schlüpfrige Frage. Uh, 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 er geht drauf ein. Uh, okay. Oh, jetzt haben wir auch schon mit dem Nächsten eine Verbindung. Okay. Dann gehen wir jetzt aufs Klo und, ähm, flirten einfach mal mit dem. Die Sarah, die gönnt sich einfach alle. Folge 2, Sarah hat dieses ganze Haus schon durch, ey. Oh, er nimmt das auch an. Die nehmen das, oh mein Gott. Ist das jetzt, okay, gut. Gibt es schon Ohrfeige? Ne, es gibt noch keine Ohrfeige. Oh mein Gott, Leute. Ähm. So. Ich würde gerne mal mit DJ Boy reden. Der ist hier unten so einsam. Und der ist, mit dem verstehen wir uns, glaube ich, mit am besten, ne? Oder? Mit wem verstehen wir uns am besten? Oh, mit Don. Warum hassen wir Don? Was habe ich ihm getan? Ähm, wir verstehen uns. Kann man das irgendwo sortieren, Freunde? Liebe. Also mit David haben wir die meiste Liebe, glaube ich. David, es wird aber nicht besser, wenn du so spielst. Ähm. Mit Ethan haben wir, glaube ich, auch schon. Also wir haben, mit Alex haben wir nicht ganz so viel. Mit Oliver haben wir auch nicht so viel. Mit Logan auch nicht so viel. Mit Jackson schon gute, gute grüne Freundschaft. Mit Noah haben wir auch ganz gut schon. Ja, also David und Noah liegen, glaube ich, ganz hoch im Geschäft bei der Sarah aktuell. Vielleicht sagt ihr ja gerade deswegen, raus mit denen, weg damit. Dann stimmt gegen sie und stimmt für die anderen. Ähm. Ich. Äh. Ja, ich bin mir noch gar nicht sicher, wen ihr rauswählen könntet. Das ist. Ich habe so eine leichte Vorahnung, aber vielleicht überrascht ihr mich, ja? Und, äh, Sarah, du solltest doch eigentlich zum DJ Boy gehen und ihn ein bisschen volllabern. Also. Kennenlernen. Komm, geh mal runter zum DJ Boy. Los, Sarah. Los, Sarah. Geh zum David. Geh zum Sunny Boy. Ach, ich liebe das Haus. Es ist richtig schön. Hey, DJ. Kannst du mal atemlos von Helene Fischer spielen? Er so, ach nee, ich gehe lieber direkt. Hey. Bei dir würde ich nicht in den Club gehen, wenn du so reagieren würdest. Ähm. So, von Herzen ein Kompliment machen. Und zum Abschied, setze ich neben ihn. Zum Abschied, äh, kann er sie ja mal knuddeln. Oder? Er kann ja mal nach Tag fragen, wie es so war. Und dann zum Schluss kann er sie ja mal knuddeln. Oh mein Gott. Mal sehen, was die anderen dazu sagen werden. Vielleicht rasten die aus und schlagen gleich David zusammen. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die nah. Ja, das sieht ganz schön komisch aus. Also, es sieht so ein bisschen aus wie, äh, ein bisschen versucht, aber nicht ganz geklappt. Aber hey. Das ist das Abschlussbild. Wow. Oh, es sieht sehr vertraut aus, Leute. Wollt ihr David rausschicken? Oh, oh, oh. Wenn das jetzt schon so vertraut aussieht, ich weiß nicht, wo das noch enden soll. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, wie ihr entscheidet. Äh, stimmt ab. Die Nacht der Rosen kommt am Montag. Also, am Montag kommt die erste Nacht der Rosen bei der Bachelorette. Da werdet ihr sehen, wer rausgewählt wird. Und wir hören uns bis dahin. Ihr kennt das ganze Spiel. Rechts oben könnt ihr mich abonnieren. Links oben findet ihr die erste Folge, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Unten drunter kann ich euch jetzt die Playlist von der Bachelorette verlinken. Bis zum nächsten Mal. Am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, startet Schwiegertochter gesucht bei mir auf dem Kanal. Also, schaut da auch mal vorbei. Stimmt unbedingt ab unten in der Videobeschreibung. Lasst dem Video gerne eine positive Wertung da. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann heute rein. Und ciao. 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 Vielen Dank.